Hallo zusammen, AI Zocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Doppelter Dienst anzunehmen bei Verwalter Leveling Sephren an der Küste des Erwachens, an dieser Position. Mal schauen, was bei dieser Quest zu tun ist. Baumaterialien benötigen wir. Woher bekommen wir die? Wie es aussieht von da unten, verlaufe ich jetzt hier erstmal diesen Weg entlang und begebe mich so ins Questgebiet. Und wir müssen hier solche zerschmetternde Elementare töten. Komm, so. Du auch. Hab jetzt mal zwei gepullt. Mal schauen, wie viele Baumaterialien es von diesen zwei Elementaren gibt. Zwei. Sehr cool. Kann ich hier hochlaufen? Jawohl. Und ihr seht, hier gibt es haufenweise solche Elementare. Ist das da eine Elite? Oh, das ist eine Elite. Äh, bin gespannt, ob ich ihn schaffe. Okay, die können einem in die Luft kicken. Ja, ein paar Fulldowns. Okay, ich mit einem Equip für diese Elite. Wie es bei euch aussieht, kann ich jetzt nicht sagen. Und ich habe alle Baumaterialien zusammen. Juhu. Nun geht es wieder nach oben. Solltet ihr schon einmal die Hauptstory durchgequestet haben, dann habt ihr hier diese Drachen von den Dracheninseln. Dann könnt ihr einfach hochschweben. Logisch. Rest ist abzugeben, bei Verwalter-Leveling-Zephren, an der Küste des Erwachens, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zum Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.